Der Basis Porto Cabo auf die Erosion der wunderschönen Küste von Medici hat unser Anführer beschlossen, die Basis komplett zu entsorgen. Gute Arbeit, Mitglieder des Ministeriums zur Verbesserung der Infrastruktur. Ihr habt einen Lauf! Viva Medici! Äh, ich markiere erst nochmal das Ziel. Also, Jet bin ich noch nie geflogen, von daher kann ich Ihnen nicht sagen, Viva hier kommt. Auch zwei Kilometer irgendwas zu bombardieren, macht natürlich am meisten Sinn. Aber wir kommen ja hier nicht zu schnell. Ja, ich hab keine Ahnung. Hubschrauber, es geht mir noch am liebsten. Wir schicken Boote zu eurer Position. Das ist gut für die Boote, nicht gut für mich. Hörtest du? Danke. Ich brauche einen Hubschrauber, definitiv. Naja, vielleicht tauchen wir ja doch noch unten auf der Unsel irgendwie auf. Aber wir haben, glaube ich, schon was kaputt gemacht, indem wir mit dem Jet drüber geflogen sind. Und vor allem haben wir mindestens den Jet kaputt gemacht. Surprise, surprise. Surprise, surprise. Und immer wieder Läder spielen und 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 Läder spielen. Ja. Ah, wir sind sogar auf der Ufel schon. So, ein bisschen was ist schon ein Robots. Bitte kommen. Wie ist die Lage? Harmeen verloren. Bitte kommen. Attackieren Sie, wir sind. Alle Einheiten hierher. Hier Zentrale. Wir schicken Boote zu eurer Position. Die Lage ist eskaliert. Zusätzliche Einheiten sind unterwegs. Was die Lage ist wirklich eskaliert, das werden wir noch gar nicht aufbauen. Oh, immerhin hat ich den Transformer noch erwischt. Das ist verdammt. Ich glaube, das war die Granate, die ich gerade geworfen habe. Die hat es leider in den Transformer gedrückt. Eigentlich wollte ich sie auf die Typen da hinten werfen. Und die hat den Transformer dann in Deckung gehen. Aber das hat nicht so gut funktioniert. Äh, schieße ich. Nein, braucht ihr nicht. Feindaktivität. Alle Einheiten hierher. Ziel ist auf der Flucht. Sichtkontakt sofort wiederherstellen. Was? Wer ist auf der Flucht? Ach, hier Zentrale. Zusätzliche Einheiten sind schon unterwegs zu uns. Jo. Hat gut funktioniert. Geheil, ganz gut gehts. Wer ist das? Er geht, Herr Mathe. Ich kenne sie status. Erh, ich kenne sie wieder hiệnorispedat 24 mindestens, Sichtkontakt verloren, alle Mann ausschweren. Da oben. Okay. Wisst ihr nicht, wie gefährlich es ist auf einer Roboter N�ies zu schießen. Da könnte etwas in die Luft gehen. Los, finde den Rebellen. Er darf nicht entkommen. So. Viel haben wir nicht mehr. Bevor sie jetzt Luftunterstützung schicken Ziel ist auf der Flucht Sichtkontakt sofort wieder herstellen Und irgendeinen Tank haben wir noch wieder sehen Der ist wahrscheinlich weg Weitere Schiffe sind unterwegs Um euch zu unterstützen Ja, hab's gemerkt Ich bin halt mal hoch Hier Zentrale Das Ziel ist immer noch da draußen Findet ihn Ich seh nix Ich seh nix Hier Zentrale Zusätzliche Einheiten sind schon unterwegs Da müssen wir mal diesen Ein-Mann-Kreuzer hier verwenden Nein Ach, du bist ein Swing-Schiff Das wissen ich da nicht So, wer den Tanz sieht, der darf ihn behalten Interessant, was hier jetzt auf einmal so rumtummelt In den Sperren gibt Ich wiederhole Helikopter im Anflug Helikopter im Abflug Helikopter im Abflug Ich wiederhole Sichtkontakt verloren Alle Mann ausschwärmen Wo ist dieser blöde Ton? Nix Wie ist euer Status? Bitte kommen Verdammt Weitere Schiffe sind unterwegs Um euch zu unterstützen Wir schicken Boote zu eurer Position Achtung Unsere Seestreitkräfte sind unterwegs zu euch Weitere Schiffe sind unterwegs Um euch zu unterstützen Achtung Helikopter Unterstützung nähert sich eurer Position Alter Wir schicken Boote zu eurer Position Wir schicken Boote zu eurer Position Wir müssen diesen einbildenden Tank kaputt machen Wir schicken Boote zu eurer Position Achtung Unsere Seestreitkräfte sind unterwegs zu euch Oh Wir schicken Boote zu eurer Position Wir schicken Boote zu eurer Position Wir müssen diesen döden letzten Tank kaputt machen Achtung Unsere Seestreitkräfte sind unterwegs zu euch So Ist das gefährlichste Vieh Alle anderen Machen Sie müssen sich das Boot kaputt Weitere Schiffe sind unterwegs um euch zu unterstützen Wir schicken Boote zu eurer Position Wir schicken ein Helikopter ins Zielgebiet Das gibt es ja nicht Oh Oh Bisschen Waffen Das ist schön für die Waffen An alle Einheiten Findet den Rebellen Verfolgung aufnehmen Die Boote stressen mit uns hier unten auch nicht Aber zum Beispiel so viel Das ist auf jeden Fall ehrlich gewesen Such Protokoll einleiten Findet ihn so schnell es geht Das war schlau Pfff Das war sehr schlau Ach Da hätte ich ja eh nicht warten können Das war ein Transformator Kein Zahn 5,5,5 Ansiedlung 6,5,7 Provinzen Was hat er jetzt noch? Da hat er noch die da Dann haben wir anschließend da oben noch was Ich würde sagen Da machen wir noch ein bisschen Und vor allen Dingen hier waren Schrauber irgendwo Jetzt kommen die anderen Rebellen War ja klar Oh das sieht auch schön aus Das ist Weit weit weg Dann fahren wir Fliegen wir doch mal nach oben Wobei wir theoretisch das Bötchen hätten nehmen sollen Weil das hat Zumindest den Vorteil Dass es nicht direkt abgeschossen wird Ich weiß mit dem Jet werde ich nicht fliegen Außer ich kann nicht anders Und das ist Keine Statue. Guck an, keine Statue. Ich weiß nicht, ob es so gut ist, aber ich glaube, es geht um die Art. Alle Einheiten hierher. Jetzt müssen wir jetzt die Flammen messen. Das machen wir noch später. So, das Ding haben wir jetzt quasi befreit. Ich würde sagen, wir fliegen hier noch mal immer außen rum. Das ist doch gut. Wir machen jetzt erstmal ein bisschen Vorbereitung. Alle Einheiten in Alarmbereitschaft. Sichtkontakt wieder herstellen. Und dann können wir bei Gelegenheit später einfach hingehen und alles nach und nach unternehmen. Ziel verloren. Ein paar gezielte Schüsse. Dann können wir mal hier hoch. Ja, war klar. Taktischer Eingreiftrund nährt sich eure Position. Ich mag die Hubschrauber mit noch ein bisschen Behalten. Der nächste Wetter. Ja. 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 Wir schicken euch Verstärkung. Ziel neutralisieren. Schnell! Oder so. Schön für die Eliteeinheit. So geht's nämlich auch. Achtung! Wir schicken Panzer ins Kampfgebiet. Taktischer Eingreiftrupp nähert sich eurer Position. Sichtkontakt verloren. Alle Mann ausschweren. Eine Eliteeinheit ist unterwegs zu eurer Position. Schön für die Eliteeinheit. Die Eliteeinheit ist von Elite-Truppen autorisiert. Sie sind unterwegs. Jo, und übernommen. Sehr schön. Alles gut für Ansiedlungen. Die Frage ist, ob dieser Elite-Helikopper noch da ist. Was zum Teufel ist da draußen los? Bitte komm! Nein, der ist gar nicht weg. Dann können wir nicht direkt weiterfliegen zum nächsten Ding. Das Ding war nix, aber das da drüben können wir das auch. Oder? Ach, das ist ja auch was gewesen. Dann fliegen wir mal weiter. Da vorne ist noch ein Spatz. Ah, ja gut. Das hat nicht ganz so funktioniert. Aber ich glaube, mit diesem Tod werde ich jetzt mal den Stream beenden. Ich werde mal schauen, wo ich euch jetzt weiter hinschicken kann. Ne, so viel ist da gerade nicht. Aber das macht ja nix. Es gibt immer jemanden, der irgendwas macht.